Hey Grits und willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels heute mit dem Level von Zerunator. 87% unmöglich. Hey Manu, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, dass du 10 Stunden daran sitzt, es zu lösen. Okay. Okay. Rekta-Change. Den Pokémon. Ich lebe noch. Ich bin tot. Und... Ach, aber es sieht nicht sonderlich schwer aus, muss ich gerade mal so sagen. Lebe ich noch? Lebe ich noch? Ne. Leider nicht. Ja, so gut wie... Ja, geschafft. Oh, 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 aufpassen, Minion. Ja, boah, Alter. Die Pfeile hätte mich fast in die Mine da oben reingedrückt. Holy moly. Okay. Na ja. Hat nicht so lange gedauert. Dann gehen wir zu... Ich bin der Manuel. GLP.TV Parcours 2.0. Ich habe am ersten Mal vergessen, den Charakter einzustellen. Das Level ist mittelschwer. Falls du es jedoch direkt schaffst, schau beim Checkpoint vorbei. Okay. Fahr schnell, sie fallen runter. Warte drei Sekunden, dann springen wir die Früchte. Geht das weg? Ah ja. Schau, 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 schau. Ah, ah, ah. Hä? Die gehen ja gar nicht kaputt. Oh, gehen die nicht kaputt? Sind das gar nicht? Oh, schade. Scheint der Fetten vorbei. Nein! Ah, nein. Ah. Oh Gott. Hilfe. Nein! Hä? Wo soll ich das denn wissen? Oh. Okay, dann nochmal. Obwohl, warte mal. Checkpoint kann ich da nutzen. Hä? Okay. Vielleicht jetzt? Ah. Ah, vielleicht kann ich das immer einfach mitten. Nee. Hä? Muss ich das verstehen? Change Character würde auch gehen. Okay, dann einfach ein anderer Char. Egal, ich mache einfach nochmal weiter. Und Anschlug. Einfach Anschlug. Äh, 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 äh. Oh Gott. Schlaf, ich will vorbei. Danke. So, und jetzt? Nein. Nein, da ist was reingegangen. Oh. Ja. Nein. Nein. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, nee. Mann. Oh, fick dich doch. Das war so ein guter... Oh. Versuch. Hauptsache, ich steppe einfach instant. Ach, Manuel. Manuel L. Jackson. Und? Warum muss ich hier eigentlich immer doof warten? Nein. Oh. Hä? Woher kann das denn jetzt? Hä? Verstehe nicht. Ach, von da rechts wahrscheinlich, wo die Teile drauf waren. Warum hat er sich denn nicht... Okay, wird das Fahrrad los und ich schaffe es. Nein. Ja, 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 ja. Okay, da ist nichts drin. Jetzt kommst du zurück. Oh, schön. Hey, der Pippertifah. Nein, nein, nein. Ich werde fliegen. Hey. Oh. Einen Versuch noch. Einen Versuch. Dann probiere ich nochmal irgendwas anderes aus. Und das war's dann. Ne, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich schon mal überhaupt nicht ein. Komm. Oh, 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 oh. Oh, ja, oh. Hä? Nein. Ja, gut. Hauptsache, die Frau schafft es. Danke. Dann nehmen wir einfach mal den Helikoptermann. Da, 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 da. Oh. Was geht denn da ab? Wow, Manuel, wow. Nein. Oh, Gott. Das war aber etwas unglücklich. Muss man schon sagen. Oh, Gott. Nein, nein. Okay, okay. Ja, hier war ich gerade. Und dann? Ah, zum nächsten. Okay. Oh, 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 oh. Oh, nein. Ich habe meinen Teil verloren. Hilfe. Was war das? Fast geschafft. GRP.tv. Es verändert dich. GRP.tv. Hier ist your friend. Oh, nein. Fast geschafft. Ah, jetzt kann ich da durch, oder was? Nein, auch nicht. Oh, 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 oh. Oh, Gott, Hilfe. So, wie komme ich da durch? Kommt man da durch? Scheinbar nicht. Oder ist es zu hoch? Das Ding. Ich gehe einfach hier lang. Nein. Ah. Alter, what the fuck? Wie komme ich da hin? Kann ich da einfach drüber schweben? Nee, auch nicht. Äh. Alter. Oh, das geht ja mal gar nicht klar. Okay, ich probiere es mal von ganz, ganz oben. Nee. Hä? Ah, doch. Okay, es lag also an der... Hä? Woran lag es denn? Ah, doch. Okay, da. Da wäre es nicht mehr. Weiter gegangen und bam. Da bin ich im Ziel. Ja, Todeslevel eigentlich. Ich bin der Bar-Duel. Und dann gehen wir zu Energy Hoy. Hey, Manu. Hier ist dein kleines... Viel Spaß. Ja, Leute. Irgendwann das... Ey, das habe ich schon vor... ...zwei Jahren gesagt. Hatte ich ja mal vor, ähm... ...einfach nur ein paar zu machen, wo ich selber ein Level erstelle. Und es wird eigentlich mal Zeit, ne? Das wird dann wahrscheinlich nicht so geil, aber ich gebe mir Mühe. Ich mache einfach mal... Vielleicht kommt das schon morgen, ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal... ...ein tolles Level. Ich probiere es. Und schneide es dann eben zusammen. Hey, das ist mein erstes Level. Oh, was gefällt dir euch? Grüße bitte. Ne, ich grüße jemanden mehr. Das ist mir sonst... Ne. Ne, mache ich nicht mehr. Nie mehr. Nein! Oh. 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 Oh, nee. Nein. Nein, ich lebe noch. Nein! So nah. Aber doch so weit entfernt. Komm schon. Klatsch da irgendwie gegen, dass ich... Oh, nein. Nicht mal das wird mir dann gegönnt, obwohl ich... Ah. Ah! Alter! Obwohl ich, äh... So... Ähm... Äh... Verstüppelt wurde. Hoi! Ach, Leute. Ich habe immer so viel Spaß hier. Oh, nein, 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 nein. Oh, Gott. Ach. Der Arm schwebt. Es klingt von gut. Ja, ein bisschen kurz, ne? Bisschen sehr kurz. Dann das Level von Johnny 06, 06. Gp.tv, gp.tv. Die Server hat nichts mit Gp zu tun. Gp.tv. Ja, glaube ich auch. Ähm... Schon, schon. Viel Spaß. Okay. Los, Spam. Und viel Spaß. Das war schön. Ja, aber ich... Ein bisschen kurz, ne? Ein bisschen kurz. Ja, ich habe es nochmal geschafft. Hilfe! Timmy wird vergewaltigt. What's up? Spikes Fly. Silla 0801. Kommt mir bekannt vor. Und willkommen zu meinem Level. Diese Art von Level ist neu. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Du musst die Lücken finden und durchfliegen. Ah. Ja, also ich habe schon so eine Art, äh, Donkey Kong Level gesehen und gemacht. Aber halt nicht so mit... Hä? The fuck? Ach so, ich kann auch nach links gehen. Oh. Mann, ich bin Mario geschädigt. Ah, ne, ne, okay. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich so noch nicht gemacht habe. Ja, obwohl... Eigentlich ja schon, ne? Nur halt nicht... Weiß ich nicht. Vorher war es, glaube ich, eher so... 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 Mit... Äh... Runden, äh... Durchgängen. Also, dass man auch so ein bisschen... Runderfahren musste. Videos, dass ich reine. Okay. Oh, Mist, da geht's gar nicht lang. Ich denke mir mal, ach, komm, da komme ich doch durch. Aber scheinbar nicht. Nein! Oh! Das macht ja das Teil mit mir. Okay. Jetzt ist er tot. Jetzt habe ich aber schlapp gemacht. Ach, Leute. Rest in peace. Rest in peace. Dicker. Oh, Helikopter, Mann. Ja, okay. Ja, ja. So kennt man mich, ja. Oh, all! Oh, Gott. Hier finde ich so schnell, nicht so schnell. Ich finde auch nicht so schnell. Jetzt nur links. Ja, ja. Wieder nach links. Oh! 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 Und nach rechts. All! All! Ich glaube gar nicht, wie viel so etwas tut. Oh! Nein! All! All! Oh, Gott. Hilf mir doch. Hilf mir doch! Alter. Wie, wie oft? Mein Arsch muss auch schon sechs Löcher haben. Bei dieser Scheiße hier. Ja, okay. Zehn. Ist okay. Ist okay. Geh weiter runter. Weiter. Tada! Ja. Ein nettes Level. Eine nette Idee. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt deine war. Also, wenn du nicht der Erste warst. Es war deine wahrscheinlich. Aber eben nicht der Erste, der so eine Idee hatte. Das ist ein Bug, den ich beim Bauen eines Don't Move Level gefunden habe. Ja, er tanzt mit dem Kopf. Ja. Hä? Was geht denn ab mit ihm, Alter? Was geht denn ab mit ihm? Hier ist ein cooler Bock. Nee, ich bin Kopfhörnig getrennt. Naja. Sieht lustig aus. Aber so toll ist es dann auch nicht. Schon toll, aber nicht so toll, wie er jetzt denkt. Gut, dann gehen wir in das Level Ayuba. Lol. Von Ayuba. Lol. GLP.TV Protest. Der ultimative Protest. Ist GLP wirklich der beste Game im Universum? Ich schätze schon, ja. Ja. Wenn er dieses Level nach meinen Regeln besteht, dann ja. Regeln. Du darfst keine Arbebeine verlieren. Der Pogo-Stick muss es auch auf die Linie schaffen. Was? Hä? Meinst du gerade die Linie da oben? The fuck? Nein. Okay, Level geschafft, aber du hast ein bisschen übertrieben, glaube ich. Auf die Linie. Was meinst du denn mit Linie? Meinst du das da oben? Schütz dich mal, ne? Ja, ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich war auf jeden Fall drauf. Ich war auf jeden Fall drauf. Okay. Mein Charakter hat Zitternfälle. Sehr gut. Ich würde es mal kaputt machen, gegen Pfeile. Nein. Oh, Alter. Richtig krass. Oh, Mann. Naja, egal. Eins habe ich entschärft. Das ist doch schon mal richtig toll. Das ist doch schon mal richtig dufte. Und... Oh. Nein. 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 Nimm doch wohin anders. Nein. Alter. Übertreib doch nicht so maßlos. Ich kann es schaffen. Ja, doch. Jedes Mal bricht da was. Und mir scheint es auch nicht so schlecht zu gehen. Also, ich habe zwar da 400 Pfeile im Arsch, aber... Alter, was mache ich denn für Verrenkungen? Ich weiß nicht. Ja, doch. Da brechen auf jeden Fall ganz viele Pfeile ab. Ist doch halt nur die Frage, wie lange das dauert, bis da alle abgebrochen sind. Na, ein paar werden auch wieder neu reingeballert, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Oh. Oh, ja. Oh, nein. Und wieder neue. Okay. Aber ich bin auf der Linie. Zählt das? Ich denke schon, oder? Alter, wie viele Pfeile sind denn da? Man übertreibt doch nicht so. Ich bräuchte Anschwung dieses Teils. Hier, nehme ich mit. Nimm mich mit ins Abenteuerland. Och, nein. Ja. Nein. Jetzt bin ich tot, oder was? Geil. Hauptsache, ich überlebe vorher 400 andere Pfeile. Ja, ich war drauf. Ja. Ich war auf jeden Fall drauf. Aha. Äh. Geil. Oh. Es ist eine Tortur, ey. Es ist eine Tortur. Hm, hm, hm. Nein. Nein. Nimm wen anders. Ich drehe mich nach rechts. Schön, wie die Flagge weiter weht. Aber sonst ist einfach gar nichts passiert. Ja, das hättest du echt nicht so übertreiben sollen. Sonst könnte man ja mal weiter probieren. Aber ich glaube, das Spiel ist irgendwie abgekackt. Äh, das geht, ja, das geht noch, aber das Level ist tot. Gut, sehr schön. Toll gemacht. Super. Gut. Dann würde ich mal sagen, bewerte den Part. Also, ich würde sagen, wenn ich so mehr zwei Likes kriege, kann man schon mal drüber nachdenken, dass ich morgen auch nochmal ein Video mache im Leben. Ja. Aber wenn nicht, dann mache ich einfach gar nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Nee. Gut, tschüss, Alter. Tschüss. Wichser.